Ich begrüße euch recht herzlich zu einem Let's Play War Thunder. Wir gehen einfach direkt in eine kleine Schlacht und schauen, was passiert. Ja, einen Schluck habe ich vorher diesmal getätigt. Ich schelm. Darum sparen wir uns das jetzt. Guti, wir gehen... Mit was geht man rein? Ine, mene, muh und raus bist du. Ine, mene, muh und raus bist du. Mit dem. Alles klar. Es gibt nur einen Spawnpunkt anscheinend. Ich fahre rauf auf die Burg. Punkt A angreifen. Ich fahre trotzdem auf die Burg. Können wir zwar nicht viel machen, aber wir können uns eine Burg anschauen. So, Vollgas, komm, gib Gas, gib Gas. Wir werden uns doch nicht von einem T20 überholen lassen. Äh, sicher nicht. Der Tipp 1 war, glaube ich, verschaffe dir eine erhöhte Position. Damit bist du im Vorteil. Dann machen wir das jetzt auch. So, wo können wir hinfliegen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Wir nehmen mal hier die Abkürzung. Querfeldein. Jawohl, mach ich gleich. Ich fahre direkt drauf zu. Nur muss ich vorher, vorher einen kleinen Umweg machen. Ich habe gehört, da hinten gibt's Freibier. So, und jetzt haben wir natürlich Riesenglück. Und da wird schon... Tatsächlich, da steht sogar ein Roter drin. Nee, nee, nee. Ist das mein Ernst? Ah, ist das ein Ernst? Ich... Lass mich raten. Der steht da oben. Nee, 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 nee. Schön aufhören, auf mich zu schießen, Freunde. Ich werde jetzt mich gleich unsichtbar machen. Versuchen, euch abzufangen. Nehme ich mich unsichtbar mache. Was eine hammergeile Logik. Ähm, ja. Ich will aber da hin. Das war ein schöner Treffer. So, den ersten Hammer. Keine Ahnung, wer sich jetzt bedankt hat. Auf jeden Fall sind jetzt die anderen vorgewarnt, gell? Es waren nämlich zwei da. Ich weiß nur nicht, soll ich das jetzt machen? Ah, da ärgere ich mich nur wieder. Ich weiß es jetzt schon. Ich ärgere mich gleich. Weil ich da dann doch meinen Arsch rausbewegt habe. Alter, wo steckst du denn jetzt schon wieder? Bewegt doch deinen Gammelpanzer raus. Okay, wo ist er? Ich weiß, dass hier oben einer war, noch ein zweiter. Wird mir gleich richtig in den allerwertesten rumsen. So. Shit, 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 ich sehe wieder nix. Jetzt bleibt er stehen, du Arsch. Komm, schieß, 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 schieß. Haben wir Taten zugesetzt. Und nochmal, komm. Jawohl. Ja, ne, 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 ne. Ist da noch irgendwer bei mir? Na, natürlich nicht. Ich hasse es. Da ist er. Dreh dich, Junge. Alter, da fährst du schon wieder vorwärts, denn da dreht sich trotzdem nur so, als wenn er rückwärts fahren würde. Sein Ernst? Da kommt einer. Ich erinnere, Treffer. Komm, 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 der brennt. Jawohl. Da sind schon wieder zwei um mich herum und keiner, der mich assisten kann. Ich hoffe, das hat ihm jetzt hart... Der kann tatsächlich schießen, du wichst da. Zerstört, geil. So, da ist noch irgendwo einer direkt vor mir. Ich sehe ihn jetzt nicht, da ist er. Ne, 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 ne. Fahr doch! Gott, erfährt da was zusammen? Nein! Ja, der Kommandant wurde verwundet. Alter, ich fahre einen Scheiß zusammen. Das ist unglaublich. Oh Gott, ich krieg hier... Gott, jetzt hab ich das Fadenkreuz nicht gesehen. Dreh dich hin, dreh dich hin, dreh dich hin, dreh dich hin, dreh dich hin. Jetzt ist er hin. Leck mich doch am Arsch. Ich hätte ihn haben können. Ich fahre einen Scheiß zusammen. Nein, nicht ragen. Bloß nicht ragen. Nein, 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 nein. Das ist alles noch voll in Ordnung. Ein Scheißdreck ist es, Mann. Schau dir an, was ich hier für ein Kackzampfer... Ja, Treffer, Scheiß drauf, töten! Zack, erledigt. Krieg mal irgendeinen noch rein von denen. Irgendwann nochmal. Komm, schieß einfach mal. Das zeigt sich doch eh immer, dass das... Komm, schieß! Nicht getroffen, noch getroffen, passt. Da muss ich schon 10.000 Mal die Maus-Maus klicken. Hinter mir ist jetzt keiner. Gut, da taucht wieder einer auf. Ach Gott, da weißt du nicht, auf was du dich konzentrieren sollst. Wenn sie sich mal aufplatzen. Die roten Schelme. Ihr habt gesehen, da hat schon wieder einer auf mich geschossen, ja? Obwohl da unten so viele stehen. Da schießen wir einfach mal. Komm, vielleicht ist ja nur wieder ein Grashalm im Weg. Ist klar. Nee, da war nichts zum... zum Sehen. Alter, schauen wir an, wie er da rausleuchtet. Ah, nee! Kriegst du nicht rein! Du nicht! Du nicht! Fick dich! So! Oh Gott, oh Gott, meine Nerven, meine Nerven. Ich kann jetzt noch nicht mal sagen, ob ich viel geraged da. Doch, über mich selber. Wird aber zensiert. Da habe ich meinen Namen gesagt, Freunde. Nicht mit mir. Spielerstatistik? Pipi, fein. Da haben wir. Lass mich raten. Oh, das ist nice. Das ist nice. Nice, nice. Das war mal ein richtig schönes Game. Quer durchs Beet, würde ich sagen. Was haben wir da unten schon wieder... Was? 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 Es war Sterbehilfe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der war sowas von umsonst. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ein 2-0, ein 1-7 und ein 1-3. Schaut euch das an. So fühle ich mich meistens auf meiner Seite. Da, diesmal waren wir hier doch ein bisschen besser aufgestellt. Der war mit mir noch drin. Der Min-Hun. Ja. Ja. Ist okay. Kann man mitleben. Ja. Ich würde sagen, das Video ist recht nett. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Falls es euch gefallen hat, wie ich mich selber kasteier. Ihr könnt einen Daumen nach oben da lassen. Oder ein Abo. Oder ein Kommentar. Oder einen feuchten Händedruck. Schaut einfach mal. Schönes Wochenende noch. Tschüssi. Bye. 秋.